Was ist das für ein unglaubliches Timing, da bekommt ja Edge eine unglaubliche Geschwindigkeit drauf und Jeff ist da und zeigt diesen Sunset-Flip, also wahnsinnig vieler der Ansatz zum Justify, aber konnte mit dem Backslide, 1, 2, 9! Und da geht es hin und her, zwischen und trotz dieser unglaublichen Aktionen konnte Jeff Adia dann Edge nicht unten halten, das ist schon auch bemerkenswert, was ihm da der Champion alles entgegenwirft, an wieder ganz Kraft und jetzt möchte Edge natürlich mal wieder eine Aktion durchbringen, die wieder ausgekottert werden, aber wird ausgekottert und jetzt gewinnt der Twist of Faith. Ja, er wollte sein in dem Päder, die in die Zeit und damit wäre dann mit Sicherheit das Match vorbei, aber es gibt den Twist of Faith nur, Jeff Adia hat natürlich in diesem Match auch sehr viel Kraft gelassen, denn dem kann er nichts so dynamisch wie sonst auch aufs oberste sein springen, um die Storm-Ton-Boom voll zu lassen, die Freude natürlich, hat er jetzt zu viel Zeit verpasst, ja, hat er, Edge ist wieder auf den Beinen. Das war das Problem, dass Jeff Adia so fertig war, das hat lange, lange gedauert, bis er da nach oben ging, aber er wollte natürlich unbedingt dieses Storm-Ton-Boom zeigen, das ist klar, das wäre es dann auch gewesen, wenn er die Zeit gehabt hätte, jetzt aber der Anteil zum Superplex von Edge, das versucht jetzt wiederum Jeff Adia zu verhindern. Und das gelingt ihm auch, das hat man schon gesehen, mit diesen Handschlägen in dieser Seite, oder ist die Storm-Ton-Boom doch mal, mit ein bisschen Verzögerung funktioniert, Cover 1, 2, 3 und das ist der Sieg für Jeff Adia.